So was geht habt Leute, willkommen zu diesem Video. Heute ein Video mit Simon bei Fortnite und wie ihr seht, er hat gerade einfach mal die legendäre Minigun und die legendären Saufkrug bekommen. Hallo, was hat der für Lack? Gerade eben AFK, ich erste Kiste wieder auf den Schnellbegriffen. Ich finde es wie gekostet. Ich fuchte gerade so lach, weil ich gerade nichts an Bewegung habe, ich fühle mich auch um mich an selber nicht zuoney. Dae nicht. Er ist tot, Leute. Ich wurde von hinten. Ich wurde von hinten gesnipert. Leute, da seht ihr aber noch mal den Dorfkug und die Minigun. Oh nein! Wofür sind denn die Schnappe? Das ist doch so scheiße! Wohin ist tot, ich konnte nicht mehr bleiben. Wir wollen, dass da irgendjemand kommt. Ich hätte sie immer noch seit 20 Minuten an unserem Komplex, weil wir spielen. Durch meine Seele, das ist nicht fair. Ach, der mag gegen mein Seelen auf das Leben ist verlassen. Ey, da war jemand! Es hat noch viel zu geben, ich nehme keine Last. Wir tanzen immer weiter, vergesse den Verstand. Der Hauri trafelt weiter. Oh, Sturmgewehr mit... Ich weiß nicht, soll ich lieber diesmal nehmen? Da hab ich 23 Schuss, dann nehm ich die, oder? Ich mein, dann sieht das so aus. Das ist ein Sturmgewehr, ne? Versuch mal schnell zu schießen. Ich gebe doch jetzt nicht auch zwei Munitionen. Soll ich jetzt über das nehmen, oder das? So, dann muss ich jetzt entschieden, die mit mehr Schuss zu nehmen. Neun Granaten habe ich auch. Nein, ich dachte, du hast drei. Hab ich gar nicht gemerkt, dass du wieder sechste Zügel gekriegt hast. Tja. Habt gehört, ich kann rechnen. Mhm. Wollt Kaffee irgendwie, dass du jetzt wieder in der fünften bist, ne? Tja. Eigentlich wärst du ja jetzt in der sechsten, bei mir. Ja. 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 Oh mein Gott. Da hat jemand Paketenwerfer. Oh mein Gott. Wo? Das ist einfach da. Ne, ne, da hinten war doch so ein Lebenanzeichen. Da ist hinter irgendwas, da hinten. Soll ich mal in beide Richtungen mit Granaten werfen? Hinterm Baum, glaube ich. Gerade als du gezielt hast... Alter. Gerade als du gezielt hast, stand da so eine Lebenanzeige. Das ist gleich. Warte. Da ist grad jemand. Ja. Hab ich auch gehört. Bah Simon, jetzt reicht's aber. Scheiß. Oh meinst du denn gar keine guten Waffen. Aber das ist noch ein Pflasterverband. Da oben ist der. Habt ihr den grad gesehen? Da oben ist der. Habt ihr den grad gesehen? Boah. Das ist ganz zu laut. Ja. Oh. Ambrust bin ich für... Für... Ne, links. Ja, doch. Da ist ja das. Das ist nämlich wie der Sniper. Ja, kann man zumindest so nah ran suchen. Bis gleich. Wow. Leute. Da hat jemanden... Raketenwerfer. Wir haben grad gehört. Will ich über alle dran gemacht haben oder 10? Hm. Hm. So. oder so. Ja. Oder so. Raketenwerfer... Oh! Oh! Scheiße, 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 scheiße. War da grad jemand? Ich hab' gegessen. Nein, 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 nein. Verwagtei Ding? Nein! Also... Was? Weil das irgendwie härter ist. Importante Fix. Ich hab mich grad irgendwie total komisch, weil das Lichter angesammelt ist. Ich weiß nicht, wo ich hinkann. Ich muss ins Auge des Sturms, aber... Leute, ich war sechster. Das war der, der die ganze Zeit so einen Lärm gemacht hat. Ich war sechster, Leute. Alter, du warst sechster? Also Leute, ja, Simon schläft noch einmal bei mir bis Montag. Und das war's. Bitte, wie du haut rein, bis bald. Und tschau.